Leute, ihr glaubt es nicht, wir haben wieder neue Transfer-News. Es ist quasi der Vöckrug-Ersatz, der wird schon wieder gesucht. Der Rocco Simek, er schießt jetzt so ein bisschen in letzter Zeit, ja wie die Hals zusammen kann man nicht sagen, aber in letzter Zeit startet er erst gerade in Österreich durch. Er hat in 34 Spielen, er hat fünf Tore geschossen, zwei Vorlagen. Er hat zwei gelbe Karten gekriegt, er ist geboren in Italien, ist aber von der Nationalität Kroatien zuzurechnen. Und er spielt auch für die U21 Kroatien, ist 1,90 Meter groß, hat jetzt insgesamt 1672 Minuten an Spielzeit gekriegt und hat in der U21 Nationalmannschaft auch acht Tore geschossen. Er könnte super sich mit Marco Gühl, der von Rapikon, aber auch ein österreichischer Verein, sich ergänzen. Er hat allerdings ein Stolz-Zesetz von acht Millionen, weil er noch einen Vertrag hat, das ist vom 30.06.2025. Ob man da jetzt die vollen acht Millionen für Abruf, das habe ich mal dahingestellt, vielleicht kriegt man ihn für fünf oder für sechs. Oder man kann Gucci oder Ducci gut verkaufen, dass man noch ein bisschen dann in den jüngeren Spielereien investiert, weil der ist erst 20. Wir wissen durch Andreas Herzog, der uns die österreichische Liga quasi ja immer abgrasen tut, als Scout, beziehungsweise den kann man ihm schnell anrufen, die kennen sich ja, die Wege sind da kurz. Marco Arnautrovic hat er auch damals uns empfohlen, denn da kann ich echt nur sagen, dass der Andreas Herzog da immer ein gutes Ohr für hatte, für gute Spieler. Und das könnte ein wunderbares Team werden. Dann hast du diesen Markus Gruhl, der mehr so die Ducci-Position spielt und ja, sie könnte dann die Fylkru-Position spielen. Dann heißt es aber wahrscheinlich, wer da bleibt bei seinen 3-5-2, denn dann macht das nicht wirklich Sinn, das Spielsystem wieder zu ändern, wenn man den jetzt verpflichten sollte. Oder du willst den in der Hinterhand haben, dass du halt, wenn das nicht läuft mit dem 4-3-3, dass du auch mal die Möglichkeit hast, das Spielsystem abzuändern, dass du mal wieder dieses 3-5-2 wieder spielen kannst, wenn du es möchtest. Dass man im Vabria-Platt quasi ist. Kann ich mir so denken, kann ich mir so vorstellen, weil ein Bundesliga-Klub muss mehr wie ein Spielsystem spielen. Die müssen eigentlich drei Stück spielen. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt. Der braucht eigentlich 335 Minuten, um ein Tor zu schießen aktuell. Und das in Österreich. Aber wenn er den Sprung zu uns schafft, der 1,90 Meter Mann, ja, das ist vielleicht die Kombination nachher. Wenn du einen guten Mitspieler hast und der schlägt dann ein, wenn du eine Bombe wirst, kann es sein. Wenn du ein gutes Auge für hast, wenn das Team passt, wenn die beiden sich vorne wie Dutschi und Fülkow sich gut ergänzen. Und ich denke mal, auf sowas spekuliert man. Das kann ich mir vorstellen, dass da viel dran ist an diesem Gerücht. Also die Wechselwahrscheinlichkeit würde ich da echt bei 70% ansetzen. Aber es ist meine Meinung. Sagt mir eure Meinung. Schreibt es in den Kommentaren. Und vielleicht wisst ihr ja auch schon mehr. Schreibt es auch gerne drunter. Wie gesagt, ich sitze jetzt nicht großartig am Rechner. Ich bin jetzt hier in Badenburg zu Besuch. Ich hoffe, für euch ist das Video mal so okay. Und ansonsten, Daumen nach oben dalassen, Video teilen, gerne abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und denkt dran, wir haben heute drei Punkte geholt, Leute. Drei Punkte. Wir haben damit 37 Punkte. Wir sind fast durch. Uns fehlt nicht mehr viel. Lasst mal meins verlieren, dann sind wir vielleicht sogar schon durch und gerettet. Also auf jeden Fall für die drei Punkte mindestens 30 Daumen dalassen. Wir sind nach oben. Ich bedanke mich.